Hey Leute und willkommen endlich zu Digimon Survive. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, meine Freundin Diana hat es mir so quasi geborgt, geschenkt, wie auch immer. Digimon Survive auf der Switch. Es ist schon ein paar Monate her, dass das Spiel rauskam und viele sagen immer... Also ich sage mal so, nee. Ich habe am Anfang direkt bemerkt, dass zigtausend Leute gefühlt ihr Spiel verkaufen. Das heißt, es hat ihr nicht gefallen. Warum? Ich denke, sie sind mit der falschen Erwartung rangegangen. Ich denke, es ist ein ruhiges, chilliges, entspanntes Spiel. Mit viel Story, mit entspannten Kämpfen. Oh, ich merke gerade, der Ton ist scheiße. Moment. So, wie ihr es schon hört, wahrscheinlich im Hintergrund ist das Piano entspannt, ruhig. Du gehst in das Spiel, um ein Abenteuer zu erleben, um eine Geschichte zu überfahren. Und es geht nicht darum, schnellstmöglich von A nach B zu laufen, dem Gegner auf die Fresse zu hauen, dies, das anders. Es ist ein entschleunigtes, entspanntes Spiel. Ich empfehle es euch vor allem jetzt, in der kalten Jahreszeit, zu spielen. Abends unter der Decke, mit dem Tee, why not? Ganz entspannt. So habe ich das Spiel bisher aufgefasst. Es ist rundenbasierend und so weiter und so weiter. Also, chillt eure Nuggets. Wir gucken heute rein. In Digimon, so weit. Ob ich was raus, ob ich ein bisschen rumschneide, was für zu lang ist. Keine Ahnung, wollte ich gerade sagen. Oh, das Spiel ist so laut. Ich habe es gerade leiser gemacht. Aber ihr seht schon, es beginnt schon bei direkt. Schön mit Story. Mitlesen. Nicht vertonen. Okay, nicht vertont auf Deutsch. Also, ihr müsst immer mitlesen. Auch das ist ein Grund, was wahrscheinlich viele stören wird. Aber wie gesagt, ich gehe da halt ganz entspannt ran. Ich will das in Ruhe zocken. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch hier nicht alles durchlesen. In Ruhe, ich werde das Spiel jetzt nicht durchspielen auf meinem Kanal. Ich werde es euch mal zeigen. Oh. Vielleicht werde ich euch ein bisschen später noch ein Video zeigen, wenn ich das Spiel weitergespielt habe. Je nachdem, wie es mich interessiert. Oh. Komm, das erste Digimon. Oh ja, da kämpfen Digimon. Geil. Ich liebe Digimon übrigens. Ja. Ich mache sehr viele Pokémon-Biase auf meinem Kanal. Aber es gibt auch wenig Digimon-Spiele. Aber ich liebe Digimon. Hätte ich meinen YouTube-Kanal damals schon aktiver gehabt und mehr die Community für die Digimon-Spiele wie CyberSloof und so weiter. Oder CyberSlove. Wie er immer das ausspricht. Hätte ich auch diese Spiele gespielt. Verteidigen. Oh, kommen wir jetzt direkt einen Angriff rein. Das wäre echt geil, jetzt direkt einen Angriff zu sehen. Aber wie gesagt, ihr seht schon. Entspannt, ne? Story lesen. Dann hat man so lange Bildschirme, wo man das Tutorial erstmal lesen muss. Ich habe davon nichts gelesen gerade. Aber ist auch egal. Wie gesagt, ganz entspannt. Aber wie gesagt, chillt eure Nuggets. Chillt eure Nuggets. Hatet nicht ein Game, was darauf ausgelegt ist, in Ruhe gespielt zu werden. Oh mein Gott, das ist geil. Okay, das ist ein schwarzes Geist, Digimon. Oh, wie geil. Okay, okay. Grundlagen zu lernen. Ich habe es so Bock drauf, ne? Geschwindigkeit ist natürlich ausschlaggebend über die Reihenfolge. Wer zuerst angreift, richtig? Drücke A, Befehl, Bewegen, auszuwählen. Entspricht dem... Okay, die blauen Felder, die wir sehen, sind natürlich die Reichweiten. Kameraperspektive mit Cursor. Können wir rumgehen mit A, das Feld auswählen. Okay, also wir können das Feld drehen. Wir können reinzoomen, rauszoomen. Wie weit rauszoomen? Ah, okay. So unterschiedlich. Dann können wir uns halt dem Monster näher. Ich würde gerne näher rangehen. Was blinkt in dem Feld? Ja, okay. Nämlich halt das Feld hier. Gehen wir näher ran. Dann können wir angreifen. Wir sehen auch links, wir haben Gegenstände. Wir haben Digitation, was hier Entwicklung heißt. What the fuck? Es heißt Entwicklung. Und man kann auch reden. Warum genau reden, weiß ich noch nicht. Einzelsbare Fähigkeiten, genau. Also angreifen zum Beispiel kostet jetzt keine SP-Kosten, kein Mana. Aber der Diamantensturm würde etwas kosten. Und wir greifen den hier an. Genauigkeit 54%. Ah. Also man trifft jetzt auch nicht zu 100%. Und es gibt eine kritische Trefferchance, wie typischerweise in Rollenspielen. Oh, geil. Sieht cool aus. Okay, wir machen gar keinen Schaden. Und dann haben wir jetzt mit diesem Digimon erstmal den Zug beendet. Okay, also man macht dafür unterschiedlich Schaden. Okay. Und welche Blickrichtung? Wir gucken ihn natürlich an. Wenn er von hinten gehört, macht er mehr Damage. Das kennt man auch aus diesem typischen Fire Emblem Rollenspielen, ne? Drücke B, um den Cursor zu wechseln. Ah, okay. Wir sollen angucken, oder was? Genau. Aber man kann irgendwas ansehen. Das ist rechts oben hinter meiner Kamera. Sieht man dann die TPS-Lebenspunkte und die Anzahl der Special-Punkte, die er hat. Und X, genauere Information. Ah. Oh, lol. Was ist das? Das ist ein Froschi oder so. Okay, da kann man jetzt die Stärke angucken. Die Schwächen, wenn man schon öfter dagegen gekämpft hat, sieht man natürlich, okay, der ist zum Beispiel Wasser und ist schwach gegen, äh, was weiß ich, Pflanze. Als Beispiel, ne? Okay, da kann man sich das angucken. Mit der B, dann kommt er zurück. Okay. Jetzt sollen wir auf das blinkende Feld hinter den Gegner gehen, haben wir gelernt, wie man geht. Zack, zack, zack. Kleines Gabumann. Und jetzt die SP-Kosten, genau. Wir wollen jetzt mal kleines Feuer. Und das hat einen großen Radius. Also wir hätten jetzt gar nicht an den Gegner ganz nah rangehen müssen, sondern wir hätten noch weiter wegstehen können. Wie gesagt, alles typisch wie in Rollenspielen. Oh, Critical Hit. Sehr geil. Äh, danke von hinten, Zusatzschaden, genau. Sonst sollen wir auch nicht zum Gegner, sollen wir uns nicht vom Gegner wegdrehen, sondern ihn angucken, da er uns zusätzlich ein Damage reindrückt. Macht alles Sinn, finde ich geil, ist ein cooles System. Ich mag das Kampfsystem, ich habe das früher schon gern gespielt, in Breath of Fire auf der Playstation 1 zum Beispiel, oder in anderen PS1-Spielen oder PS2-Spielen, ne? Das ist immer schon geliebt. Und, oh, der scheint mega stark zu sein. Wir werden gleich besiegt. Oh, links sieht auch cool aus mit dem, mit dem Tor oder mit dem Loch. Was? Nein, ich werde euch zulassen, dass du diese Kinder noch mehr antust. Was? Das Kind schlägt sich in den Weg? Oh, die Story, Leute. Wir haben eine Story. Das ist ein Ort, nur reichen könnten. Okay. Also am Anfang hat man natürlich null Planung, was es geht. Das ist ganz klar, ne? Typisch. Erstmal rausfinden, was geht hier ab? Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich auch einen gewissen Starter aussuchen. Ab in Richtung des Lichts. Ah. Lauf, lauf! Oh Gott, nein! Beeil dich! Lass dich zurück! Renamon! Mach doch was! Das ist so ein cooles Digimon. Uf, passe! Uf, passe! Oh, Mann. Kleine Gabumon. Oh. Also. Es klingt so, als müssten wir... Ach du Scheiße. Als müssten wir ja das Mädchen retten. Der Junge wird wahrscheinlich abhauen. Ich verstehe zwar jetzt nicht unbedingt, warum der das Mädchen den Jungen verteidigt. WTF? Ich hätte nämlich das Mädchen verteidigt und das Mädchen zurückgeschickt. Aber ist seine Sache. Wenn er ein Schießer ist, ist er ein Schießer. Aber ja. Warte auf mich, ich rette dich. Genau, genau. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Auf jeden Fall. Also das ist also unser Ziel in dem Spiel vielleicht. Dass wir so die Kinder retten müssen oder so. Prologue. Ah, ist schon gut gemacht. Bisher? Ich bin drin. Ich könnte das jetzt stundenlang weiterspielen. Erdbeeren heute Morgen. Oh, geil. Mit der Szene. Vielleicht wäre das auch mal ein Spiel, was man im Stream durchspielt. Ich habe keine Ahnung noch. Schreibt mal gerne Ideen zu dem Spiel in die Kommentare. Wollt ihr mehr sehen? Wollt ihr, dass ich es streame? Egal ob auf YouTube oder auf Twitch. Soll ich einfach mal später noch ein Video machen, wenn ich es weitergespielt habe, wie mein Fortschritt so war? Oder dies oder das. Haut mal alles in die Kommentare. Und durch wie immer. Wer mehr sehen will, Daumen nach oben, Leute. Video-Like nicht vergessen. Und durch abonnieren, um keine Anime-Games zu verpassen. Oh, lol. Verarscht. Einfach verarscht, Bruder. Kinder, Kinder, ey. Schneid? Nee. So ein Kirschblöden, Bruder. Das ist ein Kirschblöden. Ich muss noch wissen, was in welchem Land bewohnst. Aber ja, ist noch Schnee dazwischen. Aber schön mit der Szene zwischendurch, ne? Ein Schammeer. Also den Mann kennt man auf jeden Fall. Ich hab den Sample gesehen, den Jungen, ey. Aber wie gesagt, ist ein spannendes Spiel, ne? Geschichte genießen. Runden-basiertes Spielen. Das ist ein geiles Spiel mit der Switch im Bett. Nice. Wie früher am Game Boy. Scheiße, ich hab mir Erdbeben jetzt. Dann, wenn du draußen bist, doch... Also ich bin lieber beim Erdbeben draußen in der Natur, als in einem Haus. Na, Gott. Das Instagram-Guerl. Da frage ich mich, warum der überhaupt zurückgeguckt hat und dann was gesehen hat, ne? Wieso kam er auf die Idee, zurückzugucken? Ui. Ui. Willst du die Schule verlassen? Ey, das sind die zwei doch... Problem. Ich hab Angst, dass wir Copyright-Probleme kriegen mit der Musik. Also Musik ist leider überspringen, weil... Musik, Leute. Es tut mir sehr leid, ihr könnt euch gerne selbst auch angucken, wenn ihr das Spiel spielt. Aber ich lasse mich jetzt nicht mit Musik irgendwie Copyright-Striken. Zeltlager machen die... Oh, schön. Kann ich jetzt hier rumlaufen? Ich hätte echt Bock, mal ein bisschen rumzulaufen. Feldlager sind sehr viele. Und das ist eine uralte Schule. Okay. Okay, also die kennen wir als unsere Freunde, bla, bla, bla. Wie gesagt, ich will es mir in Ruhe durchlesen, einfach so kapitle, stelle da. Oh Gott, das Spielverlaub gegen Entscheidungen treffen. Uh. Welche Entscheidungen... Oh, du Scheiße. Zuneigung. Ah, das wird die Zuneigung. Mein Plan fragen. What's the plan, girl? Und Zuneigung erhöht. Ah, okay. Natürlich zur Frau. Also, zumal ich ernsthaft. Das habe ich mir... Die Zuneigung zu dem hier erhöhe. Hallo? Natürlich zur Frau. Mann, Mann, Mann. Und die werden dann wahrscheinlich auch irgendwie in die Welt der Digimon gezogen? Ein Bericht über den Felsrutsch. Oder sind die Digimon schon hier in der Welt? Das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, ne? Hm. Kein Grund zur Sorge, Leute. Kein Grund zur Sorge. Das Ziel ist ein Denkmal. Und dann gehen wir jetzt hin. Und die sind alle älter. Ach so, okay. Die ganze Schule ist da gefühlt hingefahren. Mhm. Die ganze Schule. Aber wie gesagt, ich denke, ihr merkt das schon, ne? Im Laufe des Spielens jetzt hier beim Angezockt-Video. Es ist entspannt. Es ist ruhig. Darauf muss man sich einstellen. Das war der Plan des Spielers. Wer ein Action-Game haben will, ist ja falsch. Also verstehe ich nicht, warum Leute sich nicht vorher einen Trailer angucken oder so. Und dann entscheiden, ob sie das Spiel spielen wollen, ne? Moral hat sich verändert. Ach, schöne Kirsche. Ah, ich werde es gerne mit den Kirschbäumen. Weil man wasser schön entspannt. Die sind auch da. Instagram-Girl ist da. Der Bad Boy ist da mit der Kack-Frisur. Ist auch nicht die Bad Boys in den Spielen. In Japan, in den Animes. Immer so eine Kack-Frisur. Guck dir an. Den Kisch aufs Maul hat. Rieser eigentlich will ich mir Ruhe durchlesen, aber ich habe es gerade. Also stresst ihr, um euch mehr Sachen zu zeigen. Ich will gar nicht wissen, wie man die Kirche bekommt. Das muss ich aber jetzt rausschnippeln. Wohin du gehst und mit wem du reden möchtest. Nein. Ah, ich kann mir die Camper hier angucken. Ich hasse Camper. Aber damit dem Instagram-Girlchen. Mit der Dame. Mhm. Mit ihm hier. Ein Park mir angucken. Okay. Ich rede natürlich mit dem Instagram-Girl. Und da ist ja auch etwas mit dem Ausrufezeugen. Und die zweite diskutieren wieder. Okay, okay, okay. Also ihr seht schon, das ist ein sehr storylastiges Game. Also das müsste man wie gesagt sehr in Ruhe spielen. Also eigentlich auch nochmal gefühlt von vorne anfangen in dem Stream, wenn man es wirklich in Ruhe spielen will. Weil es ist jetzt alles zu viel zu lesen hier in dem Video. Aber ich denke, damit bekommt ihr halt eben auch diesen guten Eindruck, dass ihr wisst, es ist kein schnelles Game, ne? Es ist ein langes, langsamer Pace. Denk mal. Wir wollen nach dem Denkmal hin, endlich. Wir müssen nach dem Denkmal hin, Bruder. Erforschen. Protokoll. Okay, jetzt wollt ihr auch noch Quatsch. Da seht ihr schon viel reden. Wie gesagt, ne? Typisches Rollenspiel. Wir müssen los, Mann. Höchst zum Denkmal, Mann. Aber es ist echt schön gezeichnet. Ich bin sehr überzeugt vom Artstyle. Mir gefallen die Charaktere, wie es so aussieht. Dass es nicht vertont ist, ist natürlich immer so eine Sache. Viele Leute, der heutzutage gefühlt, wissen nicht mehr, was ein Buch ist. Habe ich gerade eins zur Hand? Ne, aber da drüben liegen viele Bücher. Aber viele wissen nicht, was ein Buch ist. Sind das lesenlich gewohnt. Ja, ich verspringe auch gerade alles. Aber ich meine nur prinzipiell. Und ich denke, auch das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir das Spiel verkauft haben. Ich versuche mich gerade noch ein bisschen da reinzufinden. Was das Problem war mit dem Spiel. Und dass ich mir aber denke, wie gesagt, ich würde es gerne in Ruhe spielen. Ja, es ist jetzt am Anfang, hätten sie vielleicht weniger zu lesen machen sollen. Ähm, was soll ich sagen? Ein bisschen mehr kämpfen. Am Anfang ein bisschen mehr kämpfen. Aber ja, die Geschichte muss sich aufbauen. Man muss sich reinfüllen, die Charaktere kennenlernen. Weil es zum Beispiel, wenn der Frau was passiert, mit der wir gerade geredet haben. Und wir sie nicht näher kennen. Wir nicht die Hintergrundgeschichte kennen. Dann werden wir sie zum Beispiel nicht vermissen, wenn sie plötzlich verschwindet. Wenn ihr etwas Schlimmes passiert, werden wir auch nicht mitfühlen. Das ist immer so ein Aufbau erstmal der Charaktere. Was wiederum leider sehr oft langweilig wirkt. Aber es gehört dazu, dass es wie in Filmen, wie in Serien vor allem. Besser noch in Serien als in Filmen. Dass man sich eher mal in die Charaktere gewöhnt, sie kennenlernt. Und dann so, oh mein Gott, nein, das ist mit ihr passiert. Was dir sonst eigentlich egal wäre. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Herr Polizist, was ist hier los? Wir wollen hier durch. Was ist denn hier passiert? Ein Erdrutsch. Weg blockiert. Ja, das wissen wir schon. Aber dürfen wir einfach durchgehen vielleicht? Muss ich hier so blöd rumstehen? Kann man da nicht irgendwie durchlaufen? Was machen wir denn jetzt? Einfach durchlaufen? Durch den Busch? So tun, als wäre nichts? Umdrehen? Also umdrehen finde ich irgendwie falsch. Ich will nicht umdrehen. Ich will einfach weiterlaufen. Scheiß drauf. Ich darf nicht leider laufen. Herr Polizei. Wir gehen einen Umweg. Wir gehen einfach außen rum. Der kann doch nicht den kompletten Wald absperren. Wir gehen einfach außen rum, Bruder. Was ist denn da so schwer? Einfach außen rum gehen. Aber auch wenn ich jetzt vieles hier übersprungen habe, glaube ich derzeit erstmal nichts verpasst zu haben. Wir haben mitbekommen, Erdbeben. Wir haben nur eine Sache jetzt nicht mitbekommen, die ich gerade vorhin erwähnt habe. Die Charaktere eben. Ach Gott. Wie die ausziehen. Aber sie sind alles sehr einprägsame Charaktere. Sie sind nicht irgendwie langweilig, sondern man hat auf jeden Fall schon... Man kann sie gut einprägen. Aber ja, ist echt viel zu lesen. Das kann echt viele Leute abschrecken, wenn man damit nicht rechnet. Ich kann mich da nur wiederholen. Es fällt mir gerade sehr auf. Also ich liebe ja auch diese Taktikkämpfe. Und ich komme gerade einfach nicht zum Kämpfen, wie ihr seht seit den ganzen Minuten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon hier ein Fazit ziehen soll, bevor wir hier jetzt drei Jahre nur rumdrücken. Den A-Knopf. Schwierig, schwierig. Also es dauert auf jeden Fall Arsch lange mal ins Game reinzukommen, richtig. Eben wegen diesem ganzen Erklären und so weiter. Aber wir haben den Kampf gesehen und den Kampf fand ich geil. Mit dem Mana-Punkt, mit von vorne, von hinten angreifen. Wir haben gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, die Digimon zu digitieren. Dass da ein Pickel steht. Großer Fauxpas. Items. Wir haben gesehen, dass es rund passiert, wie gesagt. Das sind nacheinander. Je schneller wir sind, je öfter können wir angreifen. Wir haben Arsch viel zu reden. Was, wie gesagt, eher wohl dann so ein Stream-Game wäre. Denn, ich sag's doch ehrlich, auf YouTube die Aufmerksamkeit ist spannend. Bei einem normalen Display ist heutzutage nicht mehr so groß. Ich muss mir da eigentlich mal dringend überlegen, was ich mit Digimon Survive mache. Wollt ihr Streams sehen? Sollen wir es in Ruhe mal durchzocken irgendwo? Twitch, YouTube. Soll ich mal wieder ein Video machen zu späteren Zeitpunkten? Ich weiß es nicht. Ich hätte von Verlust, mich mit dem Spiel ins Bett zu werfen. Andererseits kommt auch schon bald das nächste Pokémon-Spiel. Ich hab noch keine Ahnung, was wir mit Digimon Survive machen. Vielleicht verschieben wir es auch auf nächstes Jahr, auf Nach-Pokémon. Ich weiß es noch nicht. Schreibt mal alle eure Ideen in die Kommentare. Wie gesagt, Daumen nach oben, falls ihr doch mehr sehen wollt. Und jetzt nicht zu abonnieren, wer jetzt mehr Spiele sehen will. Dragonball und so weiter auf der Endcard. Bruder, Faus geht raus. Danke, bis zu gucken. Ich muss jetzt hart nachdenken. Und das Spiel natürlich nochmal in Ruhe von vorne anfangen. Dann haut rein. Aber ich glaube, es wird euch gefallen, wenn ihr echt, wie gesagt, entspannt im Bett spielt. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.